Jo, was geht ab auf jeden Fall, irgendwann fresh erstmal, bisschen was essen, nehmt's Bescheid, Leute, gang gang. Freschen Tag in Leipzig, genießen, nehmt's Bescheid. Tschüss, euer Pavelos, wir sehen uns dann später wieder, vielleicht geht's dann nachher noch in die City, bisschen shoppen, nehmt's Bescheid, alter, gang gang. Jo, Jo, was geht ab jeden Fall, hier euer Pavelos, jetzt auf jeden Fall noch ne Frechstar Gunn hier von Freddy Fresh, also auf jeden Fall noch zum freshen Abend. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mal mit dem Vlog aus Leipzig, mit dem kleinen Vlog. Wenn ihr mehr so viele Vlogs haben wollt, auf jeden Fall lasst ein freshen Like, ein Abo, euer Pavelos, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen, sag ich mal, am Back zu sein, Leute. Mit kleinen Vlogs und so aus Städten, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr mehr so viele Vlogs haben wollt, aus anderen Städten auch. Und ja, lasst ein lieber frisch und Like da, schreibt uns Bescheid, euer Pavelos und Gerland. Das war's mit dem Vlog aus Leipzig, Peace.